Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meAppleCat. Heute habe ich für euch den CydiaTweak Mountain Center ausgegraben. Der ist erhältlich für 2,99 Dollar in der Big Boss Repo. Und mit Mountain Center könnt ihr euer Notification Center so anpassen, dass es aussieht wie unter OSX Mountain Line. In den Einstellungen könnt ihr einmal den Tweak aktivieren und deaktivieren. Ihr könnt festlegen, mit wie vielen Fingern ihr streichen müsst, damit das Notification Center aktiviert wird. Ihr könnt festlegen, von welcher Position aus das geht, ob es von rechts oder von links auskommt. Oder ihr könnt beide Seiten aktivieren. Dann könnt ihr noch unten die Sensitivität einstellen. Und was ich besonders gut finde, könnt ihr das Ganze im Fullscreen-Modus ausführen. Denn ihr wisst, wenn ihr normalerweise das Notification Center herunterzieht auf dem iPad, dann ist das nicht im Fullscreen-Modus, sondern nur ein kleiner Ausschnitt. Und jetzt sieht das Ganze folgendermaßen aus. Ihr seht, ich habe jetzt mit zwei Fingern von links nach rechts gestrichen. Und das Notification Center öffnet sich. Und ihr könnt das Ganze bedienen. Das sieht wirklich sehr schön aus. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass es auch von der anderen Seite aus funktioniert. Und das ist das Mountain Center. Erhältlich in der Big Boss Repo. Wirklich ein sehr schöner Tweak. Schaut ihn euch einmal an. Und vergesst nicht, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Hier bei MiAppleCat. Bis dann. Tschüss. Seid wieder dabei beim nächsten MiAppleCat Video. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar.